Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Themas dynamisches Umfeld. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen eingeführt darum, warum es so ein dynamisches Umfeld immer gibt, selbst wenn eine Software explizit für eine Person gestaltet worden sein sollte, was auch noch sehr unwahrscheinlich ist. Und habe die Lösung, eine für alle, eine Lösung für alle vorgeschlagen, die natürlich nicht die ist, die wir propagieren wollen, die man aber im Hinterkopf halten sollte, denn das, was ich euch jetzt vorschlage, diese Forderungen, die sind jeweils wieder mit Nachteilen verbunden. Es gibt wieder Designkonflikte und wir gehen dann wieder in Richtung eine Lösung für alle. Die erste Forderung hier in diesem Bereich, die ich euch jetzt vorstellen werde, ist die der Anpassbarkeit. Und was hat es damit auf sich? Was ist Anpassbarkeit? Ich trage es mal hier vor, was steht da? Anpassbarkeit bedeutet, Mechanismen anzubieten, die es Nutzern gestatten, zur Nutzungszeit die Funktionsweise von Software und die Operationsweisen für den Zugriff auf Softwarefunktionen ändern zu können. Eine wichtige Einschränkung, die hier drin ist, ist zur Nutzungszeit. Das ist wichtig. Also Anpassbarkeit ist eine Forderung, die es Nutzern ermöglicht, etwas zu tun und zwar während sie es benutzen und nicht davor. Da muss man unterscheiden, denn es gibt auch solche Arten von Anpassbarkeit, die man dann leicht etwas anders nennen könnte. Schaut euch das mal hier an diesem Beispiel an. Wir vergleichen das mal mit so einem Schreibtisch. Schreibtische sind ja auch Geräte, Arbeitsgeräte natürlich, die angepasst werden müssen. Denn zum Beispiel ein kleines Kind kann man nicht an den Schreibtisch setzen, das für einen Erwachsenen gemacht ist oder der für einen Erwachsenen gemacht ist. Der ist ja viel zu hoch. Das heißt, man muss zumindest mal die Höhe anpassen. Und man könnte vielleicht auch noch andere Dinge an Schreibtischen anpassen. Also zum Beispiel die Neigung lässt sich an Schreibtischen ja auch anpassen. Nehmen wir mal nur die Höhenanpassung. Wollen wir mal nicht so ganz genau sein. Wir nehmen nur die Einstellung der Höhe. Wann kann ich die machen? Ich könnte die schon bei der Produktion machen. Das heißt, ich kaufe Schreibtische, die passend sind für verschiedene Leute. Ich kaufe also einen Kinderschreibtisch, der ist niedrig und ich kaufe einen Erwachsenenschreibtisch, der ist größer. Und wenn ich ein Riese bin, dann kaufe ich mir noch einen Riesenschreibtisch oder anstelle der anderen natürlich. Das heißt, bei der Produktion werden verschiedene Varianten hergestellt. Ich kann Schreibtische haben und das ist bei den allermeisten Schreibtischen so. Da kann ich die Höhe bei der Einrichtung einstellen. Das sehen wir direkt auf dem Bild hier vorne. Da ist so ein Schreibtisch, da sieht man an den Beinen, da kann man die Beine in verschiedene Höhen einstellen. Das kann man aber nicht machen, während man den Schreibtisch benutzt, also während die Sachen da draufstehen. Das wird nicht funktionieren, denn sobald ich ein Bein löse, dann geht mir der Schreibtisch ja ab. Das heißt, ich kann das nur machen, indem ich den Schreibtisch leer räume, idealerweise auf die Seite lege oder sogar auf den Kopf und dann kann ich die Höhen einstellen entsprechend und hinterher kann ich den Schreibtisch dann in der passenden Höhe benutzen. Das ist Höhenanpassung an den Schreibtisch bei der Einrichtung. Und dann gibt es Schreibtische, die kann ich während der Nutzung in der Höhe verstellen und kann zum Beispiel sagen, jetzt stelle ich mich hin, jetzt fahre ich den Schreibtisch hoch, jetzt setze ich mich hin, jetzt fahre ich ihn wieder runter. Das sind so Schreibtische, wie man sie da unten rechts zum Beispiel sieht. Dieser ist jetzt auch noch gekippt, aber das spielt dafür gar keine Rolle. Es geht mir jetzt mal nur um die Höhe und das schaffe ich halt während der Nutzung, ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Wenn wir das jetzt auf die Software übertragen, dann gibt es das auch alles. Das Erste während der Produktion, das ist individuelle Softwareentwicklung. Wenn wir sowas haben, dann könnten wir jetzt auch immer hingehen und sagen, ja, wir brauchen ein anderes Feature in der Software oder es soll auf eine andere Art und Weise funktionieren. Also nehme ich mir den Quellcode her und programmiere die Software um. Das ist natürlich eine Möglichkeit, während der Entwicklung das zu tun. Aber nicht die, auf die es uns hier jetzt ankommen soll. Dann ist die andere Möglichkeit, so diese Zwischenmöglichkeit, ich muss das, kann das nicht während der Nutzung machen, aber dann doch schon bei mir zu Hause quasi. Das kann man vergleichen mit Software, die bei der Installation auf gewisse Art und Weise eingestellt werden kann. Oder wo es irgendwo ein zusätzliches Anpassungsprogramm gibt für die Admins, wo die das vielleicht verstellen können. Also jede Software, wo ihr zum Beispiel sagt, ich mache die Software aus und ändere eine Conf-Datei, eine Konfigurationsdatei, das wäre sowas, wo bei der Einrichtung solche Anpassungen gemacht werden können. Und dann als letztes die Software, die durch den Nutzer während der Nutzungszeit anpassbar ist. Und um die soll es uns jetzt gehen. Also wenn wir Anpassbarkeit sagen, dann beziehe ich mich genau auf diese Art von Software, die während der Nutzungszeit durch die Nutzer, ohne dass ich einen zusätzlichen Admin bräuchte oder einen gerade Programmierer bräuchte, angepasst werden kann. Das ist Anpassbarkeit. Wir möchten Anpassbarkeit absetzen von einem Begriff, der sehr verbreitet ist, nämlich dem der Adaptivität. Und jetzt muss ich da gleich eine Einschränkung machen. Häufig wird Adaptivität tatsächlich benutzt und Anpassbarkeit in unserem Sinne ist gemeint. Aber wir möchten hier eine Unterscheidung machen und ich erläutere euch auch gleich nochmal, warum diese Begriffe jetzt wir genau so verwenden. Schauen wir uns aber trotzdem erstmal die beiden Begriffe an, die wir voneinander absetzen wollen. Das Grundproblem ist immer das gleiche. Ich habe eine riesige Fülle von Funktionen, von Angebot in der Software und viele verschiedene Möglichkeiten auch, wie ich die Dinge tun könnte. Und es ist mir nicht möglich, die alle gleichzeitig in Zugriff zu bekommen. Das ist auch nicht sinnvoll, das zu tun, denn dann leidet die Übersichtlichkeit und so weiter und so fort. Oder wir müssen ganz viele Übergänge machen, weil wir ganz viele einzelne Bildschirmseiten brauchen. Auch das kann es ja nicht sein. Das heißt, da stehen ja andere Forderungen, die wir schon hatten, da entgegen. Und beim Anpassbarkeit ist es nun so, dass ich eine zusätzliche GUI erstelle und in dieser zusätzlichen GUI kann ich die Software, die ich habe, meinen Bedürfnissen anpassen. Ich kann zum Beispiel sagen, diese und jene Funktion, die brauche ich oft, die möchte ich als Icon oben in so einer Leiste haben. Und andere Funktionen, die brauche ich nie, die möchte ich gar nicht im direkten Zugriff haben, die kann in irgendeinem Menü versteckt sein oder sowas. Zum Beispiel. Das ist ja eine Möglichkeit der Anpassung. Das könnte man auch, wenn man dann das Wort adaptieren benutzen will, könnte man also Adaptierbarkeit sagen. Die Software ist veränderbar. Adaptivität hingegen beschreibt schon von dem Wortsinn eine Eigenschaft, die die Software von selbst hat. Also Adaptierbarkeit heißt, ist irgendwie was Passives. Die Software ist anpassbar. Und Adaptivität ist sich anpassend. Also wir haben eine Software, die sich selbst dem Menschen anpasst. Und sowas gibt es natürlich auch und sowas ist natürlich auch möglich, hat aber immer Implikationen. Denn wenn ich sowas habe, dann muss ich sowas machen wie hier, wie man das hier sieht. Ich brauche dann ein Modell über den Benutzer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Lernsoftware habe und möchte eine adaptive Lernsoftware, eine sich anpassende Lernsoftware haben, dann muss ich ein Modell des Lernens haben und ein Modell des Nutzers haben. Und daraus kann ich dann entsprechende Ableitungen machen, wie sich diese Software selbst anpassen kann. Wir sind also hier, wenn wir das so weit treiben, im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs. Oder wir machen viel einfachere Dinge und zählen einfach irgendwelche Dinge aus und machen dann irgendwelche Anpassungen. Aber auch dann brauche ich auf jeden Fall ein Nutzermodell oder ein Ablaufmodell des Prozesses. Das ist zwingend notwendig. Also Adaptivität, wie hier gerade definiert, heißt, dass ich das Nutzerverhalten auswerte und die Nutzungsschnittstelle dann diesem Nutzerverhalten entsprechend angepasst wird. Darum soll es hier nicht gehen, sondern es geht uns um Anpassbarkeit, also um Adaptierbarkeit, also um eine Software, die angepasst werden kann, die Nutzungsschnittstellen dafür bereitstellt, damit man sie anpassen kann. Ist diese Adaptivität schlecht oder schlechter? Und warum reden wir nicht darüber? Zumindest, sagen wir mal, ist sie nicht unproblematisch. Und da möchte ich nochmal zwei, drei Worte zu verlieren oder sagen wir besser zwei, drei Sätze. An einem schönen Beispiel zeige ich euch das mal. Das Beispiel ist schon ein paar Tage älter. Es ist von Windows 2000. Da war das so. Und auch bei der Office-Software in diesem Zeitpunkt, also die Office 2000-Serie gab es ja auch. Da gab es ein gewisses Problem und ich lese diesen Text einfach mal vor, weil eigentlich ist er schön prägnant geschrieben aus der Zeitschrift PC-Welt und eigentlich kann ich es auch nicht besser formulieren an dieser Stelle. Was steht da? Was haben die festgestellt? Da steht, Windows 2000 is watching you. Der Desktop zählt jede ihrer Aktionen im Startmenü mit, etwa wie oft sie ein Programm oder eine URL aufrufen. Wenn Windows der Meinung ist, dass sie eine Anwendung zu selten brauchen, versteckt es den Menüpunkt und zeigt stattdessen einen kleinen Doppelfall nach unten, hinter dem sich seltener benutzte Programme verbergen. Der Sinn dieser Ausblendung erschließt sich uns nicht. Arbeitet es sich besser, wenn Sie den Gesamtbestand Ihrer installierten Programme im Kopf behalten, statt ihn im Startmenü auf den ersten Blick zu sehen? Fazit, weiter unten. Das war eben dieses Feature. Das sind persönliche Menüs, personalisierte Menüs, die automatisch sich anpassen. Das war adaptiv. Also es wurde irgendwie mitgezählt und daraus wurde geschlossen, was ich häufig benutze, wird angezeigt und was ich nicht häufig benutze, wird so nicht angezeigt. Warum ist das so problematisch? Ja, es wird in dem Text schon gesagt. Ich habe den Überblick nicht mehr. Ich habe nicht mehr den Überblick über alles und kann mir davon eine Auswahl treffen. Und es kommt noch viel mehr dazu. Jedes Mal oder zumindest öfter, wenn ich in das Startmenü reingucke, sieht es anders aus. Die Objekte sind nicht immer an der gleichen Stelle und es sind nicht immer die gleichen, die ich da sehe. Das ist total irritierend, wenn das so gemacht wird und so passiert auf diese Art und Weise. Es wäre erheblich besser gewesen, man würde einfach alle Objekte anzeigen und vielleicht, dann könnte man ja darüber nachdenken, die, die häufiger benutzt werden, hervorheben. Oder wie es später unter Windows dann auch gemacht wurde, häufig verwendete Programme im Startmenü extra unterbringen. Das ist natürlich eine sinnvolle Möglichkeit. Aber innerhalb des Objektarrangements Unterscheidungen vorzunehmen und da Änderungen vorzunehmen, die sich aus dem Nutzerverhalten ergeben, aber von denen nicht explizit so gemacht wurden. Man startet ja nicht ein Programm mit dem Zweck, dass es im Startmenü erscheint. Das ist keine gute Idee gewesen und war auch extrem unbeliebt. Problem halt, das User-Interface ist nicht mehr stabil. Es passieren Änderungen, ohne dass ich sie selber in die Wege geleitet hätte. Hier in diesem konkreten Fall sind nicht mehr alle Auswahlmöglichkeiten sichtbar. Das heißt, die Erschließbarkeit leidet. Ich muss einen Schritt mehr machen oder im Zweifelsfall kriege ich nicht mit. Was ich sonst noch so alles da hätte und habe. Und es ist zusätzlicher mentaler Aufwand auch nötig, denn das Systemverhalten ist komplizierter und komplexer geworden. Und naja, ein Nutzermodell musste erstellt werden. Das ist hier jetzt sehr simpel, dieses Nutzermodell, was erstellt wurde. Aber auch hier macht es schon Schwierigkeiten. Denn wenn zum Beispiel ich die Software nicht alleine benutze, sondern ich benutze das Windows mit mehreren Leuten gleichzeitig und wir verwenden alle den gleichen Account, dann ist dieses Benutzermodell schon schwierig. Denn dann bezieht sich das ja schon auf zwei Leute. Und naja, das wird kritisch. Beim Auszählen wird es noch ohne Probleme gehen. Aber sobald es irgendwie etwas komplexer ist, hat man dann an der Stelle ein Problem. Und gerade in heutiger Zeit, wo man solche Daten häufig sammelt, gerade Windows 10 ist ja notorisch dafür, dass es viele Daten sammelt über das Nutzerverhalten, um, wie dann gesagt wird, die Oberfläche zu verbessern, um adaptiv zu sein. Ja, aber wie macht man das heute? Man schickt das alles schön nach Hause und man kommt dann zu Datenschutz- und Privacy-Problemen. Also diese Art von Adaptivität ist kritisch. Das soll nicht heißen, dass man das nie machen darf und nie machen sollte. Und vor allen Dingen in Bereichen, wo das zusätzlich passiert, wo ich zusätzlich noch, sagen wir mal, die häufigst verwendeten Programme, die häufigst aufgerufenen Webseiten und so bekomme, ist das völlig unproblematisch. Denn dann habe ich Abkürzungen geschaffen. Dann schaffe ich es, eine gewisse Eingabeminimalität zu erreichen durch diese Funktionalität. Aber das, was da ist, sollte ich nie adaptiv auf diese Art und Weise einfach so verändern. Das ist schlechtes Design, denn es führt zu ganz vielen Problemen an anderen Stellen. So, und jetzt habe ich euch erläutert, was es sich mit Anpassbarkeit auf sich hat und wie sich das absetzt von anderen Möglichkeiten der Anpassung zur Erstellungszeit oder in einem Administrationsvorgang, in einem Konfigurationsvorgang und auch die Adaptivität abgesetzt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns Techniken zur Anpassbarkeit angucken. Aber das machen wir im nächsten Video. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns Techniken zur Anpassbarkeit angucken.